Ich begrüße Sie zum Video Gleichungen lösen mit der Lambert'schen W-Funktion Teil 2. In diesem Video möchte ich einige weitere Beispiele für die Anwendung der Lambert'schen W-Funktion behandeln. Und alles was wir dazu benötigen, habe ich hier rechts oben in den blauen Kasten einmal hingeschrieben. Die wichtigsten Eigenschaften der Lambert'schen W-Funktion hatte ich hier ausführlich behandelt in den letzten beiden Videos, klassische Eilgeber Nummer 26 bzw. in dem Video klassische Eilgeber Nummer 25. Und in diesem Video benötigen wir insbesondere hier die grün eingerahmte Gleichung, die Sie hier oben rechts in dem blauen Kasten sehen. Wendet man nämlich die Lambert'sche W-Funktion an auf einen Ausdruck, der besteht aus einem Term, den ich hier mit T in Abhängigkeit von X bezeichnet habe, multipliziert mit e hoch T in Abhängigkeit von X, dann liefert uns die Lambert'sche W-Funktion im Prinzip diesen Term T in Abhängigkeit von X zurück. Und wie die grafische Darstellung dieser Lambert'schen W-Funktion aussieht, das habe ich hier auch noch einmal dargestellt. Sie sehen, dass diese Funktion in Wirklichkeit keine Funktion ist, sondern aus zwei verschiedenen Funktionszweigen besteht. Einmal einen roten Funktionszweig, der im Allgemeinen mit W-Index 0 bezeichnet wird und einen blauen Funktionszweig, der im Allgemeinen mit W-Index minus 1 bezeichnet wird. Im letzten als auch im vorletzten Video hatten wir aber schon gesehen, dass der Wertdefinitionsbereich dieser Lambert'schen W-Funktion nur zulässig ist, im Reellen zumindest, für reelle Zahlen, die größer gleich als minus 1 durch e sind. Das möchte ich hier in die Skizze noch einmal ergänzen und rechts noch einmal hinschreiben. Wir fangen einmal an mit dem Definitionsbereich des roten Zweiges der Lambert'schen W-Funktion, also von W-Index 0. Der Definitionsbereich wäre gerade das halboffene Intervall von minus 1 dividiert durch e bis unendlich. Und der Definitionsbereich für den blauen Zweig der Lambert'schen W-Funktion, also für W-Index minus 1, wäre hier das offene Intervall von minus 1 dividiert durch e bis 0. Und das heißt insbesondere, wollen Sie die Lambert'sche W-Funktion berechnen für eine Zahl, die zwischen minus 1 durch e und 0 liegt, das zeichne ich hier einmal mal in orange ein, dann erhalten Sie hier zwei Funktionswerte, einen Funktionswert für W-Index 0 und einen weiteren für W-Index minus 1. So, jetzt sind wir soweit, dass wir uns mit dem ersten Beispiel hier befassen können. Und da geht es um folgendes, wir wollen die reellen Lösungen bestimmen, das unterstreiche ich hier auch gleich einmal. Wir suchen hier nur die reellen Lösungen der Gleichung, minus Wurzel aus x ist gleich ln von x. Bevor wir uns dieser Lösung, dieser Gleichung hier zuwenden werden, wollen wir zunächst einmal den Definitionsbereich bestimmen, für den diese Gleichung überhaupt Gültigkeit hat. Da wir hier nur an reellen Lösungen interessiert sind, brauchen wir also nur nach reellen x-Werten zu suchen. Und Sie kennen aus der Analyse schon folgenden Sachverhalt, dass die Wurzel aus einer reellen Zahl definiert ist für alle möglichen reellen Zahlen größer gleich 0. Das heißt, der natürliche Logarithmus ist nur definiert für reelle Zahlen größer als 0. Das heißt, insbesondere hier in unserem Fall sind nur reelle Zahlen zulässig, die aus der Menge R plus kommen. Das heißt, nur x-Werte größer als 0. So, dann können wir uns jetzt der Lösung hier einmal widmen. Ich schreibe dazu vielleicht noch einmal die Ausgangsaufgabe auf. Also minus die Wurzel aus x soll der natürliche Logarithmus von x sein. Wir können jetzt im ersten Schritt einmal diese gesamte Gleichung durch die Wurzel aus x dividieren. Wurzel aus x ist auf jeden Fall ungleich 0, da wir hier nur x-Werte betrachten, die größer als 0 sind. Das heißt, die Wurzel kann nicht 0 sein, sodass die Division hier auf jeden Fall erlaubt ist. Dann erhalten wir hier auf der linken Seite einfach nur noch minus 1. Und auf der rechten Seite haben wir dann stehen ln von x dividiert durch die Wurzel aus x. Und dann erinnern wir uns jetzt vielleicht noch einmal an die Potenzgesetze. Wir dürfen nämlich die Wurzel aus x ausschreiben als x hoch 1,5. Und wir können dann im nächsten Schritt x hoch 1,5, was noch im Nenner steht, auch in den Zähler hineinschreiben, als x hoch minus 1,5 multipliziert mit ln x. Und wir dürfen auch diese beiden Faktoren vertauschen. Warum ich das mache, wird gleich ersichtlich werden. Wir halten dann ln von x multipliziert mit x hoch minus 1,5. Und dann erinnern wir uns vielleicht noch einmal, das möchte ich hier noch einfügen, an die Eigenschaft des natürlichen Logarithmus und der Exponentialfunktion. Es gilt ja, e hoch ln von x ist gleich x, weil hier Funktion und Umkehrfunktion direkt aufeinandertreffen. Und das können wir ja anwenden auf den Ausdruck x hoch minus 1,5. So, dass wir also hier schreiben können, das ist ln von x multipliziert mit e hoch ln von x hoch minus 1,5. Und Sie kennen folgendes Logarithmusgesetz, und zwar ln von a hoch b ist ja dasselbe wie b mal ln von a. Wir dürfen also einen Exponenten einfach vor den Logarithmus ziehen. Das würde also bei uns jetzt hier liefern, das ist ln von x multipliziert mit e hoch minus 1,5 mal ln von x. So, wir wollen also diese grün eingerahmte Gleichung hier oben in dem blauen Kasten verwenden. Und dazu definieren wir uns erstmal den Term t von x. Und den finden wir jetzt hier oben im Exponenten der e-Funktion. Also t von x wäre bei uns konkret also der Ausdruck minus 1,5 mal ln von x. Und diesen Ausdruck müssen wir auch vor dem e stehen haben. Und das ist ja nicht der Fall, wie Sie sehen. Das können wir aber erreichen, indem wir diese Gleichung jetzt einfach auf beiden Seiten mit minus 1,5 einfach mal multiplizieren. So, dass wir auf der linken Seite jetzt plus 1,5 stehen haben und auf der rechten Seite minus 1,5 mal ln von x multipliziert mit e hoch minus 1,5 mal ln von x. So, dass wir jetzt hier auf jeden Fall die Damage W-Funktion anwenden können. Das schreibe ich mal so in W, Klammer auf, Klammer zu. Das heißt, auf beiden Seiten wollen wir jetzt die Damage W-Funktion anwenden. Dann erhalten wir hier auf der linken Seite W an der Stelle 1,5 und auf der rechten Seite bleibt eigentlich nur noch übrig minus 1,5 mal ln von x, nämlich der Term in Abhängigkeit von x. So, jetzt schauen wir noch einmal nach der grafischen Darstellung hier oben rechts in dem blauen Kasten. 1,5 ist eine Zahl, die größer als 0 ist. Das bedeutet, für unsere Lambert'sche W-Funktion kommt jetzt nur der rote Zweig in Frage, weil 1,5 größer als 0 ist. Das heißt also, wir werden jetzt W, 0 hier benutzen, um die Lösung für x herauszubekommen. Wir werden zunächst einmal mit minus 2 hier multiplizieren. Dann erhalten wir hier ln in Abhängigkeit von x, das schreibe ich mal auf die linke Seite hin, ist dann gleich minus 2 mal, jetzt schreibe ich hier W, 0 an der Stelle von 1,5. Und die exakte Lösung unserer oberen Gleichung erhalten wir jetzt schließlich, indem wir beide Gleichungen e hochnehmen. Dann erhalten wir auf der linken Seite, da e und ln sich ja aufheben, es kommt hier einfach x raus und auf der rechten Seite erhalten Sie den exakten Wert durch e hoch minus 2 mal, W-Index 0 an der Stelle 1,5. Wenn man jetzt an einer numerischen Lösung interessiert sein sollte, das ist ja wie gesagt hier der exakte Wert. Um den numerischen Wert jetzt hier zu ermitteln, können Sie beispielsweise mal auf die Seite im Internet gehen, Wolfram Alpha, das habe ich hier unter dem Video auch nochmal verlinkt, und dort das Ganze einmal eingeben, wie man das eingeben muss. Die Syntax dazu hatte ich schon im letzten Video erklärt, wie das geht. Und wenn Sie das machen, würden Sie hier folgenden Wert ungefähr halten, und zwar würde hier rauskommen ungefähr 0,49, und dann geht es weiter mit 4866. So, wenn Sie sich die Gleichung hier oben noch einmal anschauen im ersten Beispiel, dann kann man diese Gleichung auch interpretieren als Schnittpunktsberechnung zwischen den beiden Funktionen Minuswurzel x und der Logarithmusfunktion ln von x. Und das habe ich hier einmal skizziert, rechts im Bild, wie Sie sehen. In rot dargestellt ist einmal die Wurzelfunktion Minuswurzel aus x und in blau dargestellt die natürliche Logarithmusfunktion. Und Sie sehen, dass beide Funktionen sich offensichtlich ungefähr schneiden beim x-Wert 0,5. Dann können wir jetzt auch gleich zu einem weiteren Beispiel einmal übergehen, das ich hier ebenfalls schon einmal vorbereitet habe. Hier geht es wieder darum, bestimmen Sie die reelle Lösung der Gleichung x hoch x ist gleich 2. Und bevor wir uns dieser Lösung jetzt zuwenden werden, möchte ich auch hier einmal den Definitionsbereich bestimmen, für welche reellen Zahlen ist diese Gleichung x hoch x gleich 2 überhaupt lösbar. Und aus der Analyse wissen Sie hoffentlich zumindest, hoffe ich zumindest, dass x hoch x nur definiert ist für reelle Zahlen x größer als 0. Das heißt also auch hier wäre der Definitionsbereich dieser Gleichung wieder die Menge R+. Also alle reellen Zahlen x größer als 0. So, dann fange ich hier einmal an. Ich schreibe zunächst einmal die Gleichung noch einmal ab. x hoch x soll 2 sein. Ich werde hier erstmal logarithmieren beide Seiten. Dann erhalten wir auf der linken Seite ln von x hoch x, auf der rechten Seite entsprechend ln von 2. Und jetzt wende ich wieder das Logarithmusgesetz von oben an. Wir dürfen den Exponent x vor den Logarithmus schreiben. Dann erhalten wir hier x mal ln von x ist gleich ln von 2. Und im nächsten Schritt werde ich dieses x hier, was hier vor dem Logarithmus steht, umschreiben wieder mit e hoch ln von x mal ln von x ist gleich ln von 2, wie Sie sehen. Und ln von 2 ist ja wieder eine Zahl, die auf jeden Fall größer als 0 ist. Das heißt, wir können jetzt wieder die grün eingerahmte Gleichung von oben verwenden. Ich gehe noch einmal nach oben. Unser Term t in Abhängigkeit von x, wie sieht er jetzt hier in diesem Fall konkret aus? Unser Term, den wir hier haben, der lautet also jetzt hier, das ist der Exponent, der hier steht, nämlich ln von x. Das ist unser t von x. Wir können hier also anwenden jetzt unsere Lamberts für w-Funktion und zwar im konkreten Fall jetzt den Zweig w-Index 0. Da unser Argument ln von 2 ja eine Zahl ist, die größer als 0 ist. Das bedeutet dann in diesem Fall, das bleibt auf der linken Seite nur noch übrig, ln in Abhängigkeit von x und auf der rechten Seite die Lamberts für w-Funktion, w-Index 0 in Abhängigkeit oder am Argument ln von 2. So, letzter Schritt wird jetzt daran bestehen, e hoch beide Gleichungen zu nehmen. Wenn Sie das machen, erhalten Sie als exakte Lösung hier offensichtlich folgenden Wert, nämlich e hoch w-Index 0 an der Stelle ln von 2. Das wäre hier also die exakte Lösung. Auch hier könnte man wieder mit Wolfram Alpha beispielsweise den numerischen Wert ungefähr ermitteln und Sie würden dann hier, wenn Sie Wolfram Alpha einmal beauftragen, folgenden Werte halten, nämlich ungefähr 1,55 und dann noch drei Stellen, 961. Und auch diese Gleichung hier oben in diesem zweiten Beispiel kann man wieder als Schnittpunktsberechnung zweier Funktionen betrachten. Einmal die Funktion x hoch x und einmal die Funktion f von x ist gleich 2. Auch das habe ich hier einmal grafisch rechts im Bild dargestellt. In rot sehen Sie einmal die Funktion x hoch x und in blau die Funktion f von x gleich 2. Und Sie sehen, beide Graphen schneiden sich hier ungefähr, sage ich mal so, in der Nähe von 1,5. Also gerade dem Ergebnis, was wir gerade eben numerisch berechnet hatten. So, dann kommen wir jetzt zu etwas komplizierteren Beispielen, die nicht mehr ganz so einfach zu ermitteln sind, wie die ersten beiden Beispiele. Und dazu betrachten wir hier einmal das dritte Beispiel. Auch hier sind wieder die reellen Lösungen gesucht. Ich unterstreiche das hier wieder einmal. Und zwar von der Gleichung x mal e hoch minus x² soll gleich ein Viertel sein. Zunächst einmal wissen wir, dass ein Viertel auf jeden Fall positiv ist. Und wir wissen auch, dass die Exponentialfunktion selbst, egal welches x Sie ja auch einsetzen, immer größer als 0 ist. Das heißt, wenn die rechte Seite größer als 0 ist, muss auch die linke Seite größer als 0 sein. Ein Produkt ist aber nur dann größer als 0, weil ja ein Faktor schon größer als 0 ist, muss auch der zweite Faktor, also in diesem Fall das x hier größer als 0 sein, so dass wir hier erhalten also, x ist wieder zu suchen in der Menge R+. Genauso wie bei den ersten beiden Beispielen. So, ich möchte die Gleichung jetzt noch einmal hier hinschreiben. Wir haben zu lösen, x mal e hoch minus x² ist gleich ein Viertel. Und hier verwenden wir jetzt einen Trick, genauer gesagt, der Trick ist hier eine gescheite Substitution jetzt hier zu verwenden. Und die Substitution, die hier zum Ziel führen wird, sieht folgendermaßen aus. Wir führen dazu die neue Variable u ein und definieren uns für u, das soll gerade mal x² sein. Dann können wir das Ganze auch einmal nach x auflösen. Wir halten dann formell zumindest x ist gleich plus minus die Wurzel aus u. Nun suchen wir aber reelle Lösungen, die positiv sind. Das hatten wir ja oben schon ermittelt, dass der Definitionsbereich für unsere Gleichung ja nur positive reelle Zahlen sein können. Das heißt, dieses Minuszeichen, das können wir hier ignorieren vor der Wurzel, so dass wir insgesamt eigentlich hier für x nur die positive Wurzel von u berücksichtigen müssen. Und das Ganze setzen wir jetzt hier oben in die Aufgabe einmal ein. Aus x wird dann einfach die Wurzel aus u. Und aus e hoch minus x² wird dann einfach e hoch minus u. Und die rechte Seite sieht immer noch genauso aus, nämlich ein Viertel. Und der nächste Schritt ist jetzt der, dass wir diese gesamte Gleichung hier auf beiden Seiten quadrieren werden. Aus Wurzel u zum Quadrat wird dann einfach u. Aus e hoch minus u zum Quadrat, ja, dann können Sie die Exponenten multiplizieren letztendlich. Das gibt dann e hoch minus 2u. Und ein Viertel zum Quadrat ist ein Sechzehntel. So, dann werden wir im nächsten Schritt die gesamte Gleichung einmal mit minus 2 hier noch multiplizieren. Dann folgt daraus, auf der linken Seite haben wir dann minus 2u stehen, multipliziert mit e hoch minus 2u. Und auf der rechten Seite ein Sechzehntel mal minus 2 ist minus ein Achtel. Und wir definieren uns jetzt hier den Exponenten minus 2u als Term t in Abhängigkeit von u. Und wir können jetzt hier sofort unsere Lambert-W-Funktion ansetzen auf diese Gleichung. Und dazu bedenken wir allerdings, dass minus ein Achtel jetzt eine Zahl ist, die kleiner als 0 ist, aber noch größer als minus 1 dividiert durch e. Das heißt also, wenn wir noch einmal nach oben hinschauen, in den blauen Kasten, in den Graphen der Lambert-W-Funktion, in unserem Fall kommen jetzt beide Zweige in Betracht. Das heißt, der rote Zweig W0 und der blaue Zweig W-Index minus 1. Wir erhalten also jetzt hier zwei Lösungen letztendlich. Und das liefert dann jetzt hier, ja, wir wenden jetzt also die Lambert-W-Funktion jetzt hier an. Dann erhalten wir hier mit der Anwendung der Lambert-W-Funktion, auf der linken Seite bleibt dann eigentlich nur noch übrig, minus 2u, das ist also der Term in Abhängigkeit von u, ist gleich die Lambert-W-Funktion von minus ein Achtel. Jetzt, wenn wir nochmal minus ein Halb das Ganze nehmen, um das Ganze nach u ja aufzulösen, dann halten wir für u ist minus ein Halb mal die Lambert-W-Funktion an der Stelle minus ein Achtel. Und wir hatten ja eben gesehen, es gibt ja zwei Lösungen, einmal für w Index 0 und einmal für w Index minus 1. Das möchte ich hier nochmal hinschreiben. Die erste Lösung wäre also minus ein Halb multipliziert mit w Index 0 an der Stelle minus ein Achtel. Und entsprechend die zweite Lösung, die nenne ich hier mal u Index 2, wäre minus ein Halb mal w Index minus 1 von minus ein Achtel. Das sind die exakten Lösungen für u, wie gesagt. Und jetzt suchen wir aber die Lösung für x. Und da gehen wir mal in die Substitution hier rein. x war ja, wie wir gesehen haben, die positive Wurzel aus u. Das heißt, wir halten hier direkt als erste Lösung x1 die positive Wurzel aus dem Wert minus ein Halb mal w Index 0 von minus ein Achtel. Und für die zweite Lösung entsprechend x Nummer 2. Das wäre dann die positive Lösung von minus ein Halb mal w Index minus 1 an der Stelle minus ein Achtel. Wie gesagt, das hier sind die exakten Lösungen. Wenn Sie an den numerischen Lösungen interessiert sein sollten, dann müssten Sie wieder das Programm Wolfram Alpha mal benutzen. Und dann erhalten Sie für die erste Lösung ungefähr folgenden Wert. Das ergibt dann hier mit Wolfram Alpha ungefähr 0,26. Und dann geht es weiter mit 872. Und für die Lösung x2 würden Sie erhalten ungefähr 1,27704. Und man kann auch diese Aufgabe hier wieder, also unsere Ausgangsaufgabe war ja, x mal e hoch minus x² ist gleich ein Viertel, wieder als Schnittpunkt zweier Funktionen interpretieren. Auch das habe ich hier noch einmal als Graph dargestellt. In Rot sehen Sie also einmal die Funktion x mal e hoch minus x² und in Blau die Funktion y gleich ein Viertel. Und die beiden Schnittpunkte, die hier entstehen, das sind ja diese hier. Einmal haben wir einen ungefähr bei, ja was hatten wir rausbekommen, bei 0,3 so ungefähr, sage ich mal. Und einen zweiten Wert ungefähr bei 1,3. Das sind also gerade die eben berechneten Werte mit Hilfe von Wolfram Alpha. Und jetzt möchte ich noch ein letztes Beispiel hier in diesem Video betrachten, bevor wir uns dann im nächsten Video noch weiteren Beispielen zuwenden werden. Und das vierte und letzte Beispiel sieht jetzt hier folgendermaßen aus. Auch hier wollen wir wieder die reellen Lösungen bestimmen. Der Gleichung, die hier steht, nämlich dritte Wurzel aus x mal ln² von x soll 36 sein. Hier werden wir ebenso wieder anfangen wie in den anderen Aufgaben. Wir bestimmen zunächst einmal den Definitionsbereich. Die dritte Wurzel aus x können Sie für jede beliebige reelle Zahl ziehen, aber den Logarithmus von x können Sie nur für positive x-Werte bilden. Das heißt, ebenfalls ist der Definitionsbereich hier, x ist ein Element aus der Menge R+. So, ich schreibe die Gleichung auch hier wieder zunächst einmal hin. Dritte Wurzel aus x mal der natürliche Logarithmus zum Quadrat von x soll hier 36 sein. Und auch hier müssen wir uns mit einem Trick behelfen. Und zwar benötigen wir auch hier wieder eine Substitution. Und die Substitution in diesem Fall, die zum Ziel führt, ist diese, dass wir u hier setzen, in dem Fall jetzt als den natürlichen Logarithmus von x. Das lässt sich dann nach x hier auflösen sofort. x würde ja e hoch u hier geben. Das rahme ich hier auch gleich einmal ein. Das werden wir am Schluss dieser Rechnung nämlich noch einmal benötigen. Dann setzen wir unsere Substitution jetzt hier einfach mal ein in unsere Gleichung. Dritte Wurzel aus x würde dann übergehen aus dritte Wurzel aus e hoch u. Und mit Hilfe der Potenzgesetze können wir dafür also jetzt folgendes schreiben. Das ist offensichtlich gerade e hoch u Drittel. Und ln Quadrat von x geht dann über in u Quadrat, ganz einfach. Und das ist gleich 36. Der nächste Schritt wird jetzt sein, wir werden jetzt hier die Wurzel auf beiden Seiten ziehen. Also die gesamte Gleichung, dass Sie dasselbe wie hoch ein Halb nehmen. Auf der linken Seite halten Sie dann e hoch u Drittel hoch ein Halb. Die Exponenten werden multipliziert, also ergibt sich insgesamt e hoch u Sechstel. u Quadrat hoch ein Halb gibt einfach u. Und die Wurzel aus 36 ist ja bekanntlich plus oder minus 6. So der nächste Schritt wird jetzt sein, wir schauen mal nach, was ist unser Term, den wir hier definieren werden. Unser Term t in Abhängigkeit von u ist in diesem Fall hier also gerade der Ausdruck u dividiert durch 6. Damit wir jetzt die Lambert-Gwe-Funktion jetzt hier anwenden können, müssen wir also die Gleichung zuvor noch einmal multiplizieren mit ein Sechstel. Dann erhalten wir hier auf der linken Seite ein Sechstel und ich schreibe das u jetzt mal zuerst hin. Ich vertausche also diese beiden Faktoren hier. Das ist ja erlaubt. Multipliziert mit e hoch ein Sechstel u ist gleich plus oder minus 1. Und wir werden jetzt die Lambert-Gwe-Funktion auf beiden Seiten hier einmal anwenden. Dann erhalten wir auf der linken Seite einmal unseren Term, nämlich gerade ein Sechstel u. Und auf der rechten Seite hätten wir also die Lambert-Gwe-Funktion für die beiden Zahlen plus bzw. minus 1 zu ermitteln. Nun müssen wir allerdings bedenken, w an der Stelle plus 1 ist dasselbe wie w 0 an der Stelle plus 1. Aber w an der Stelle minus 1 ist kein reeller Zahlenwert mehr. Das ist nämlich ein Zahlenwert, der ist auf jeden Fall kleiner als minus 1 dividiert durch e, liegt also außerhalb unseres Definitionsbereiches und würde dann komplexe Werte liefern. Das heißt, das ist ein Element aus der Menge der komplexen Zahlen, allerdings ohne der Menge der reellen Zahlen. Also echt komplex. Und die sind aber nicht relevant für uns, da wir hier laut Aufgabenstellung nur für die reellen Lösungen interessieren. Also kommt bei uns jetzt hier nur der Ausdruck w 0 in Frage. Dann werden wir dann im nächsten Schritt die Gleichung mit 6 noch einmal multiplizieren, sodass wir für u den exakten Wert erhalten, nämlich 6 multipliziert mit w Index 0 von 1. Und wenn Sie sich jetzt noch einmal an das Video klassische Algebra Nummer 25 erinnern, dort hatten wir definiert, dass w Index 0 für die Zahl 1 eine Konstante war und die hatten wir bezeichnet mit Groß Omega und benannt als Omega Konstante. Also können wir jetzt hier als exakte Lösung ausschreiben, das ist 6 mal die Omega Konstante. Wir suchen allerdings jetzt die Lösung für x und dazu gehen wir in diese oben eingerahmte Gleichung hier nochmal hinein. Dann sehen wir sofort, x ist e hoch u, also e hoch 6 mal die Funktion w Index 0 an der Stelle 1, beziehungsweise 6 mal die Omega Konstante. Und wir erhalten dann hier mit Wolfram Alpha ungefähr den Wert 30,0499, also circa den Wert 30. Und auch diese Gleichung, die Sie hier oben im vierten Beispiel sehen, kann man wieder interpretieren als Schnittpunktberechnung zweier Funktionen. Und auch das habe ich hier noch einmal grafisch dargestellt. In Blau sehen Sie hier die Funktion y gleich 36, in Rot die Funktion dritter Wurzel aus x mal der Logarithmus zum Quadrat von x. Und wir sehen, dass beide Funktionsgrafen sich hier schneiden, ungefähr bei der Zahl 30. Das ist also gerade der Wert, den wir hier oben numerisch ermittelt haben, mithilfe der Internetseite von Wolfram Alpha. Also exakt ist die Lösung, wenn Sie so wollen, gerade 6 mal Omega, beziehungsweise 6 mal Omega Index 0 von 1. Das ist also gerade der Wert, das ist auch hier drin, also aus der Wert, das ist auch der Wert.